So, einen schönen guten Tag. Moin Moin zusammen. Weiter geht es bei uns in unserer schönen US-Woche. Wir starten hier quasi bei uns im Daisy Steiner. Die Freiheitsstatue, die Kleine, habe ich auch immer noch dabei, wie man sieht. Und wir sind jetzt hier angekommen, da hier vorne. Die Wege sind ja nicht so lang, glücklicherweise, bei uns. Bei Timberland, auch eine US-Marke, die wir bei uns schon lange haben. Und die ist auch wirklich sehr, sehr beliebt. Ganz genau, die ist bei den Männern natürlich sehr beliebt, diese Schuhe. Und wir haben echt ganz coole Modelle dabei, nämlich so etwas hier. Timberland setzt unheimlich auf Nachhaltigkeit. Und wir haben unter anderem Modelle, die aus PET-Flaschen gemacht werden. Also nachhaltiger gilt es gar nicht. Das ist kein Witz. Nein, das ist wirklich kein Witz. Sehr, sehr nachhaltig. Trotzdem am Rücken. Ganz toll, also richtig klasse. Sensorflexsohlen, super ausgestattete Schuhe, da macht das Laufen einfach drinnen Spaß. Ja, man könnte auch einfach nur sagen, die Schuhe sind einfach nur endgeil aus. Also ich finde die wirklich schön, die sind von den Designs her sehr, sehr schön. Muss man wirklich sagen. Das sind die unterschiedlichsten Modelle. Die sind hier zum Beispiel, die finde ich persönlich auch sehr, sehr schön. Oben drüber ist kein Timberland, das ist ein Schublossschuh auch schön. Aber Boots sind natürlich auch immer cool und angesagt. Die kann man im Sommer wie im Winter tragen. Vor allem das sind richtig leichte Schuhe. Das ist einfach toll. Das ist einfach leicht. Da hat er recht. Zuhören, da hat er. Zuhören bitte, da hat der Mann nämlich recht. Da hat er. Unsere kleine Freiheitsstatue, unsere Liberty. Weißt du, als Schal ist das auch gar nicht schlecht. Kratzt das eigentlich? Überhaupt nicht. Egal. In dem Sinne wünschen wir natürlich allen viel Spaß beim Entdecken unserer tollen Marke Timberland, die wir jetzt im Zuge unserer American Week vorstellen. Wie gesagt, alle Modelle haben wir logischerweise wie immer hier im Fachgeschäft, aber natürlich auch auf unserer Internetseite. Ganz genau. Von daher einen schönen Tag. So sieht es aus. Bis dann. Ciao.